Svante! Ja! Svante, bist du bereit, das beste Spiel deines Lebens zu spielen? Selbstverständlich! Svante, bist du bereit, das Spiel zu spielen, das die Shooter-Welt revolutioniert hat? Immer! Dann muss ich dich leider enttäuschen, weil wir spielen heute Duty Calls The Calm Before The Storm Bist du trotzdem bereit? Ja, Junge! Dann klick mal Space! Mein Safe Space Dein Safe Space Movement, es gibt kein Sprinten Natürlich... War... War never changes Or does it? The war has changed Did it? The answer is no Unless it is yes No, of course it is It's war Yes No Yes Oh my god Okay 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 Oh, oh Junge Kann nicht Das schöne ist, Svante kennt dieses Spiel doch nicht Blah, blah, blah Counting on you The most important Da hast du die important message gehört im Hintergrund Warte Blah Blah Blah, blah, blah Warum... Warum springt man mit der rechten Maustaste? Das ist das halt Boring 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 Wuuu Rank up, let's go Let's do this boys I am an enemy too I'm a bloody screen So real Oh nein Oh nein It's the bloody screen Boring, boring, boring Boring Oh, diese Action Ich bin so aufgeregt Boring 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 Headshot Master Sergeant Shooter Genau das Master Sergeant Master Sergeant Shooter Sergeant Person Oh A small meaningless dick Hey Fox Club Niner I'm gonna point at you and say something serious To further develop the game's storyline Hell yeah Oh nein Nein Nooo I'm dead Ha 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 You cannot stop me Unless the game goes into slow motion for some reason And I become easy to shoot Hit me up with that Oh no Boring 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 Oh Oh Explosion Oh MLG Sergeant Sergeant Master Sergeant Shooter Person Wuhu Aber siehst du das? Warum Warum Springen Die gleiche Taste Wie Boring 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 Das Spiel macht es noch mehr dramatisch, wie ein Film. Soon I'll be landing, I have landed on the ground. Oh! So real! So real! So real! Sergeant of the Master Sergeants, most important person of extreme Sergeants, to the max! To the max! To the max, boi! 504 Notebook Paper Edit. Sander, bist du bereit? Ja, hit me up with that. I have an eyepatch and I wear a nice suit. This means I am leader of bad guys. I hold a nuclear missile bomb. I will never give nuclear missile bombs to you. Give the nuclear missile bomb to us, leader enemy boss. And then put your hands up. Okay. USA is dominating. Woo! America! Fuck yeah! I am crying tears. Pulling the fun back in the gun. Bulletstorm. Kill with game. Hahaha! Warte, warte, warte. Duty Calls war nur ne Werbegeschichte. Ja. Für Bulletstorm. Ja. Hab ich dir zu viel versprochen, dass du kein Spiel spielen wirst, das die Shooter revolutioniert hat, das kein guter Shooter ist. Und... Bulletstorm war auch nicht gut. Hahaha. Ich spreche aus Erfahrung, ich hab das Spiel. Hahaha. Das war auch nicht gut. Hahaha. Das war auf jeden Fall ein Videospiel, das wir gespielt haben. Hahaha. Ja. Die Frage ist, kann man in dem Spiel überhaupt sterben? Nein. Wirklich nicht? Nein. Du hast es schon ausprobiert? Ja. Dachte ich mir. Nein. Doch, ich dachte mir das schon. Hahaha. Das war's, ne? Äh. Like if you like. Wir haben jetzt fünf Minuten für dieses Video gebraucht. Wir werden jetzt einfach noch vier Minuten von einem statischen Bild einfügen, damit wir die zehn Minuten Ad Revenue bekommen. Absolut. Hahaha. Ich find auch schön, wie da drunter steht. This is a parody. It's not associated with Acquisition or the Call of Duty games. Nice. Blood, blood and gore. Intense violence, partial nudity, sexual themes, strong language, use of alcohol. Gut Freunde, wenn euch das gefallen hat, Däumchen nach oben. Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hahaha.